Musik Hallo und herzlich willkommen bei Far Cry Primal Ich bin hier im Dorf Und ich muss euch eine Eine Wie soll ich sagen Eine Eine epochale Stufe der menschlichen Zivilisation präsentieren Wir haben hier Ein Stein Auf dem ein Topf steht Um diesen Topf herum Befinden sich Blumen Und in dem Topf Durch den Stein Gebackt eine Blume Ladies and Gentlemen Die Erfindung der Topf Pflanze Hier in Far Cry Primal Wir wurden Zeuge Eines Ereignisses Wie sich die Topf Pflanze Einen Weg in unsere Zivilisation geschlichen hat Es ist Es ist ein Ein unbegreifliches Einzigartiges Kulturell wichtiges Bug Glitch So glitscht sich Die Flora In die modernen Haushalte Wir reden einfach heute mal mit ihm hier Der arme Teufel Hat seinen Bruder Bei einem Ausflug Auf eine Bienenjagd Verl... Was ist mit dem los hier? Ist schon wieder Balz? Üben die Kämpfen Oder geht's um ein Weibchen? Wow Ja nicht immer draufhauen Einfach mal Schnauze halten Weggehen So kann man das auch machen Okay Wir müssen Eine Ja wo ist er denn? Ja wo liegt er denn? Ja wo müssen wir denn hin? Wo wollte er denn holen? Wir können schon wieder zum Ukri dem Denker Es ist äh Na gut Wir werden da vorbeischauen Immer recht witzig Aber wo ist sie jetzt hier Die alte Dorfmission Bist du die alte Dorfmission? Du bist die alte Dorfmission Dann gehen wir da mal hin Welchen Schnellreisepunkt nehmen wir denn? Einfach mal den hier ne? Der verlorene Bruder Und die Bienen Warum auch nicht? So und ich möchte hier mal wieder auf den Bogen wechseln So Tigri wo hängst du denn rum? Bleibt nochmal da Bleibt nochmal da Bleibt nochmal da So Wir müssen zu ihm hier Ja 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 Quiffelt ein Macht nix Kriegen wir hin Immer diese Hindernisse hier Aber naja Wir haben Wir haben die Toppflanze gesehen Wir haben alles gesehen Nehmen wir das bisschen das Holz damit So jetzt dürfen wir ja auch gleich da sein So Ja da liegen sie rum Die alten Honigwaben Spuren lesen Ist mal wieder angesagt Das sieht aus wie Bären Tapsen Ich würde mal jetzt schon drauf tippen Dass ein Bär den Typ weggesnackt hat Da vorne Diese Spurensuche in dem hohen Gras Ist ja nicht mal so einfach Oh Wir hören das Stöhnen Gefallener Geister Hier ist irgendwo ein Winterarmband Und da haben wir doch schon Das bringt eigentlich eine saunheimliche Atmosphäre Wir nennen ich auch Gut Wir nehmen die Darmwand Damit die Geister ihren Frieden finden Aber wir haben andere Spuren zu verfolgen So hier Sie führen in diese Richtung Und hier sind es wie der Fußabdrücke Konnte er sich von dem Bären loslösen Da gehen sie weiter Da gehen sie weiter Und hier wieder viel Blut geflossen Da ist wieder eine Spur Es geht straight hier geradeaus Hier sind es normale Fußabdrücke Und hier sind es wieder so Bärentatzen Und hier sind das Handabdrücke War eher auf allen Vieren Für den Moment habe ich die Spur wieder verloren Er ist hier abgebogen Wir sind in diese Richtung Da vorne Hier wieder eine Blutlache Ich steige jetzt mal von dem Tiger ab Weil der mir Ja Ich gehe mal zu Fuß weiter Jetzt wieder die Richtung geändert Ich gehe mal zu Fuß Oh Gott! es ist unglaublich von wie weit her die diese stinkbomben da werfen können wenn wir uns mal ein bisschen heilen jetzt keine illusion der sind noch welche und dringend wieder heilen bienenwabe mitnehmen und jetzt erledigen wir den stinker da oben wo ist er da ich denke wir haben hier aufgeräumt so jetzt würde die spur wiederfinden ich könnte jetzt ich könnte ja auch mal wieder so ein paar von den tippen hier durchsuchen auch wenn ich kaum was bringen wird so von hier kamen wir so stellen wir mal wieder das hier her dann können wir das hier einsammeln sollten das hier einsammeln können eigentlich so und wo ist unsere spur da vorne da in eine höhle rein so so Katze, weg hier. Ich will hier raus. Ich will die nicht streicheln. Ich will hier raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Geh doch mal weg hier. Blöd. Ja, und da werden wir gekillt da draußen. Wegen dieser scheiß Katze. Oh, sowas ärgert mich. Wenigstens können wir hier wieder starten. So, ich gehe vor. Gehe jetzt nicht hier in die Löcher. Was bist du? Bist du am Kacken oder was? So. Der Erste. Das Horn erklingt. Und wenn wir wohl wieder Verstärkung rufen. Hier kann man nur so vorbeischießen, wie ich gerade. Er tritt hier Hardcore die Flucht an. Können wir das einsammeln? Ja. Was ist los? Aha. Bring ihn in Sicherheit. Wo ist denn diese Sicherheit? Erkennt er den Weg? Komm, dann renn vor. Ja, kommst du jetzt klar. Taggar, suh an. Blut und Honig abgeschlossen. Es war eine interessante Mission. Bevölkerung bereits auf 219 jetzt hoch. Da könnte man ja mal schauen, wo war denn diese 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 Ansicht da mit der mit der Bevölkerung. Da. Hui. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Gut. Ich glaube, da holen wir uns jetzt wieder unsere Katze. Die uns gerade tierisch genervt hat. Und ja, im Grunde würde ich sagen, den lassen wir uns an dieser Stelle bei dieser Folge bewenden. Und dann schauen wir mal, was wir die nächste Folge machen. Vielleicht gehen wir wieder zum Denker. Zum Spinner. Zum Vollhorst. Zum Trottel. Zum Dödel. Zum Esel. Eine Schlange. Das könnten wir tun. Schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir in der nächsten Folge machen. Irgend so was in dieser Richtung wird es auf jeden Fall schon sein. Ich habe mir jetzt erst mal eine Pause verdient. Und möchte mich dann jetzt auch von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.